Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Omelot ist erledigt, anzunehmen bei Isi, auf den verlobenen Inseln an dieser Stelle. Vor Quest war hinter Brast eine Botschaft und befreit die Gefangenen. Wir sollen jetzt mit Sassi quatschen, der Weg zu Sassi ist ein bisschen weit weg, deshalb mache ich jetzt eine kurze Unterbrechung und melde mich gleich mit weiteren Infos. Bis gleich. Da bin ich auch schon, schaut mal hier ist der Sassi, ja gleich gibt es auch die Map. Best ist abzugeben bei Sassi Havtsang auf den verlobenen Inseln an dieser Stelle, also musste man von diesem Gebiet einfach hier entlang laufen bis zu dieser Insta-Stadt. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen, falls ja könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierenknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und viel Erfolg. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018